Hallo Leute! Seid herzlich willkommen zu, ja, dem Special, was ja schon angekündigt wurde. Und ja, warum dieses Special zuerst? Ähm, ja, warum dieses Special? Es ist das hundertste Video auf meinem Kanal, das öffentlich ist. Das heißt, ich hab schon ein paar, die nicht öffentlich sind und auch niemals öffentlich sein werden, aber das ist das hundertste öffentliche Video. Ähm, das freut mich, das ist für mich jetzt auch schon relativ was Besonderes und ich wollte euch jetzt auch mal so wieder was bieten, außer jetzt normale Folgen. Und ja, da hatte ich mir gedacht, ja, hundert Videos, das ist ja schon was. Und ich muss sagen, da war auch eine Verbesserung drin und so. Ja, und das finde ich schon mal ganz toll. Deshalb dieses Special, hundert Videos, habe ich mit diesem Video, was ihr gerade seht, erreicht. Und ja, da hatte ich eine kleine Verlosung, wollte ich jetzt machen, zu diesem hundertsten Video. Und zwar seht ihr schon im Hintergrund, dass da ein Bild ist. Ja, ein Bild. Und das könnt ihr halt gewinnen. Ähm, wenn ihr wollt, kann ich das TermeLP, was da draufsteht, noch ändern. In euren YouTube-Namen, euren Relife-Namen, etc. Das besprechen wir dann, wenn ihr gewonnen habt. Und dann kann ich euch da jeden beliebigen Text draus machen, den ihr wollt. Allerdings in den Farben, wie es jetzt ist, da ich die so cool finde und sonst. Das, ja, zu viel Arbeit ist es ja nicht, aber in den Farben halt. So, habe ich jetzt bestimmt. Gut, wie könnt ihr das gewinnen, wenn ihr das gewinnen wollt? Ihr könnt folgendermaßen gewinnen. Ihr schreibt mir unter dieses Video, unter kein anderes bitte, unter dieses Video schreibt ihr. Den Namen, der gewünscht ist. Ähm, Hashtag 100 Videos. Und, äh, was schreibt ihr denn noch? Warum ihr dieses Bild haben wollt, für euch zum Verschenken oder so, das müsste ich wissen. Und am besten noch euren Skype-Account oder irgendwie, den man euch halt erreichen kann, außer WhatsApp. Also, geht auch zum Beispiel Kick-Messenger oder so weiter. Das könnt ihr mir dann alles unten hinschreiben, aber bitte jetzt nicht WhatsApp. Aber ich denke mal, da die meisten von euch Skype haben werden, funktioniert das für Skype. Ähm, ihr könnt entweder unten euren, ja, ihr könnt unten euren Skype-Namen in die Beschreibung packen. Und dann kontaktiere ich euch, wenn ihr gewonnen habt. Ich muss mal schauen, wahrscheinlich mache ich da so ein Video zu, wer dann halt da gewonnen hat. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht. Je nachdem, wie die Gewinnbeteiligung ist, kann einer gewinnen, sogar sogar zwei. Muss ich dann schauen, je nach Gewinn, nach Beteiligung. Ich schätze eher mal, dass es auf Einzelnen auslaufen wird. Auf einen von euch. Ähm, ja, das werde ich dann mit einer bestimmten Website herausfindig machen. Ähm, also ich werde das jetzt nicht selbst wählen. Das sind Leute, die mit mir zum Beispiel jetzt öfters geskypt haben, haben jetzt keinen Vorteil oder so. Oder Leute, die es sogar privat kennen. Die haben keinen Vorteil. Ähm, sondern jeder hat die gleichen Chancen zu gewinnen. Und, ja, ich glaube, das war's eigentlich schon so mit dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr, ja, wenn ihr mich abonniert habt, dass ihr mich abonniert habt. Bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für diese Unterstützung. Ich hab jetzt das hundertste Video gemacht. Ich find, ich feier das. Und ich hab immer noch nicht die Lust verloren. Vielleicht an einem so den Rechten. Jetzt mit BKTBs hab ich halt die Lust verloren. Aber an YouTube insgesamt hab ich nicht die Lust verloren. Ja, mir macht es weiterhin Spaß. Ich krieg momentan auch noch ein paar Momente dazu. Was mich auch natürlich sehr freut. Und, ja, ihr könnt jetzt halt dann auch mal was gewinnen. Und dann geb ich euch jetzt mal was Besonderes. Und, ja. Dann schreibt, wie gesagt, das in der Beschreibung. Wenn ihr euch das nicht merken könnt, oder was weiß ich auch immer, dann schaut unten in der Videobeschreibung. Dort steht auch nochmal mein Skype-Name, falls ihr mich direkt ändern wollt und auch nicht in die Kommentare schreiben wollt. Da steht, welche Programme ich aufnehme. Und so weiter Informationen zu dem Video. Unter anderem steht da dann auch ein Musterformular, wie euer Kommentantin aussehen soll. Den ihr mir schreibt. Und, ja, dann wünsch ich euch viel Glück. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich weiß jetzt auch nicht, was es ist. Aber wir sehen uns dann halt im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.